Ich bin doch gar nicht mit dir im Team, du bist doch mit Remco im Team, ist doch gut. Ich bin bei dir im Team. Ja, wo müssen wir spielen? Wir müssen das Boot zur Inselrudel an, jeder kann halt den Ruder bewegen. Der Ruder bewegen halt. Okay, ich mach's so. Du machst ernst, sonst ist es uncool. Kann man auch lenken. So was ist scheiße. Achso, das ist ein Ruder. Ich kann nichts dafür, wenn ich Lack hab, Alter. Ich kann nichts dafür. Weil Feier, sonst ist es scheiße. Ich bin nicht doch hier. Wir müssen überhaupt hin. Ja, du musst auch. Warte. Mach. Wir müssen gleichzeitig. Wir müssen das absprechen, Mann. So, warte. Mach du, mach du Feier, mach du Feier. Ne, du musst es machen. So und jetzt, ich. Komm jetzt wieder. Warte, stopp. Jetzt zu, jetzt du, mach du, mach du. Sauber. Mach du, mach du, mach du. Hallo. Alko, was machst du? Mach, mach, mach. Ich muss, Mann, du Holzkopf. Ja. Scheiße. Mann, ich hätte es geschafft. Holzkopf. Mann, was hätte... Du mal Feier, es geschafft. Aber gerade noch. Ja, aber weil Kim Holzkopf ist. Ist doch scheißegal, Alter. Ist doch scheißegal, Alter. Ist doch nie immer nur solche Teamspiele. Ja, toll. Hab doch recht, ich kann das nicht. Ey, ich hab Jokka zu ficken. Ja, dann lass es doch hoch. Ja, egal. Ich bin eine Heelskill. Heißt, wenn Jokka und ich da sind, heißt... Ja, nö. Da gibt's keine Gnade. Da gibt's keine Gnade. Jemand, den ich gleich ficken kann. Ja, Digga, bitte eine Eins. Ich gönne eine Eins. Ja, eins. Ja, eins. Hoffentlich. Ja, natürlich. Lack. Lack. Ich hoffe, ich kriege irgendwie jetzt einen zweiten Stern. Lack rein. Oh, das stimmt. Du brauchst selbst einen Stern. Danke. So, zum Ernst. Jetzt bin ich der letzte Teil. Luigi, Mann. Dann kommt Luigi's Mansion 3. Ja, Mann. Das wird ein geiles Spiel. Das ist ein Witz, Alter. Wenn's kommt. Drecke Kau. Ah, Vogel. Mach. Mach doch, Alter. Oh, frohes Spiel. Komm, fragerechte Feld. Oh, bitte, bitte zerstören. ... ... ... ... Autopen ... ... ... Gång. Das war's. syформ Prozent 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 ja noch das war auch genau weil es geht der Münzen abgibt machen wir auch gleich mit dem Fall ich habe es nicht gemacht da kann ich mache jetzt zehn Feiertel und dann geht es mit dem Delfintaxi weg Kominus war es verdient oder dort und wo es bei ich habe es nur noch ein bisschen zweimal um und ich kriegst du nicht mehr ich kriegst du nicht mehr zwei sieben Uhr zwei siebener bitte 1 und 2 und 1 3 und 2 Euro kommt Komm! 1 Oh Junge du hast echt Glück gehabt. Na ich kann halt nicht mitfahren. Was sagst du? Mit der vielen Schwimmengehen. Nein! Oh ich könnte dir ein paar Bonbons kaufen. Moment jetzt halt mal die Fresse ja. So zweimal Bonbon easy. Witzig Remco. Schau mal die sind wieder unwitzig. Meine Aufmerksamkeit, weil wir sie verlieren. Hä? Ich bin Werner schon der, der gerade verliert. Ich will ja keine Aufmerksamkeit. Es ist einfach nur lustig, Alter. Dich zu nerven. Ja für dich ist es nicht lustig. Jungen ist Stern. Spiel Joker Stern. Einzig verdient du. 20 Münzen. Oh ich will jetzt einfach nur Münzen. 20 Münzen. Ja toll. Viel zu wenig. Das passt aber. Ich klaue ich jetzt alles. So ich hoffe Remco. Schrecken sollen es weg. So ich hoffe das Lackspiel kommt. Weil bis jetzt wie ich Lack habe das Lackspiel. Ich hoffe jetzt auch drauf. Und wenn nicht. Und dann bin ich wieder Ruhe und so. War toll. Ja schon der Scholle. Wom geht's da? Von dem Eisklotz herunterschubsen. So ein typisches Schubspiel eigentlich. Bleibe als Setzer auf der Eisplattform. Ich tritt und schnell. Schrauben. 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 Ja mach. Einfach so. Das selbe wie immer. Einfach hier alles. Ich bin so. Oh da geht's ja auch gar schon auf Gangrop. Wir wetten als Ehre im Kopf. Auf mich geht es wegen. Wir beide gehen auf den. Komm. Ich geh auf keinen. Was ist's jetzt? Team. Das ist wohl unfair wenn ihr die ganze Zeit auf mich geht. Da guck. Da guck. Ich bin die ganze Zeit auf dich. Alter was laberst du? Ich bin gegen jeden gegangen bis jetzt. Hey kann man hier nur. Kann man hier kein treten. Doch. Im Sprung. Moin, Alter, was ist das für ein Scheiß-Spiel? 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 gehen wir gehen auf ja auf Freilau auf Remco komm Ruhe nun verpisst euch ja losgegehen NEIN geländlich alter glaub ich ja was ist das für ein scheiß Spiel ach nein verpisst ich Junge was ist das Junge das gibt's doch nicht und was ist das er kann ja dass die Scholle kleiner wird ne Junge wie lange geht das Spiel ja ja im Korb auch heißt es schon mal gut egal was ist das für ein scheiß Spiel unendlich alter das ist halt einfach nur ein Zufallstreffer guck mal hier die müssen warten komm lauf ein Gameplay lauf ein Gameplay oh du meinst scheiße ja komm ja richtig ESL Gaming alter eSports ja Challenge der Challenge steht von der E3 also Challenge was ist das für ein Gammelspiel das geht ja ewig alter ja ich hab noch kein Ende in dem Sicht guck mal hier komm klatschen lieber das Spiel gegen 5 Minuten oder so alter Junge das war ja richtiges Gammelspiel war es auch richtig Gammelig der ist der erst gestorben super deine Münze bekommt der Remco ah das war ein Kampspiel oder? ja das ging mit Münzen ach fuck man aber das ist halt ein Gammelspiel man das macht doch keinen Bock Dreckspiel ja ich mach das ja ja war eigentlich noch 2 Kapselbelusten ne oder? kannst du nicht mach ich ähm hier Muschi oh Muschi selber schuld super ja wieviel muss ich ihm abnehmen oh nicht eins er kriegt hoffentlich noch eins wenn du mit 10 abnimmst ist es mir scheißegal in dem Punkt wenn du mit 10 abnimmst ist es mir scheißegal Remco ja und mich juckt es halt auch nicht bei dir ja guck mal ich bin aber Remco in dem Punkt nicht böse er kann ja nicht kontrollieren wieviel er uns abnimmt ja wenn mich juckt es nicht dann kriegt eh noch 5 ja bei mir juckt es halt gar nicht weißt du ich hab halt immer noch genug egal trotzdem er hat Remco Haupttag jetzt weiter Junge der kriegt doch die Münzen ja du kannst du nicht mehr ja du kannst du nicht mehr ja der Hauptsache ist ein 2er ja der kriegt doch die Münzen vor allem wenn ich jetzt einen Stern bekomme ne bist du dein letzter ja siehst du der ist 2er ich muss 2er werden jetzt Maul nö du gehst da nicht hin ja toll weil du schon dass du jetzt letzter wirst ja Junge ich weiß es doch Mann hm ja komm ja mach ja komm ja mach lohnt sich gar nicht ich muss euch dreimal Würfel machen ich weiß nicht weil das hat die Sache das bringt dann an Umständen dann gar nichts wenn ich dich nicht treffen dann muss ich dreimal Würfel machen das ist so, der hat nicht gegen mich mal letzter ja gleich bist du letztlich und wenn ich einfach viel Würfel dann kriege ich auch einen Stern beim Duell kriege ich eh nur Münzen locker wenn überhaupt ja das bin ich 3er wenn du einen Stern bekommst würdest du den nicht bekommen weil ich gewinnt ganz einfach 1 gegen 1 ist viel intensiver als so ein 4er mini Spiel ist dir schon klar bei intensiven Spielen habt ihr keine Chance Jungs da ist es aus ja 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 du bist du letzte Mal ja Hauptsache Foko's Letzte ja ja Hauptsache Foko es gleich verlieren danoko er hat es nicht verdient schöpfen ja ich mach dann die ganze Zeit holt er hier noch rum ich mach die Besprechung ja weil hier bei einer ersten Runde schon rum wer jetzt auch gewinnt von mir muss kann ich überhaupt dafür nicht nur platt habe alter du brauchst gar nichts an mit sich ich habe nicht mal geteamt aber ich habe es auch nicht wir haben schon gesagt so ein Hurensohn ich team jetzt mit Kili ich doch gar nicht genau ich habe gesagt dass ich nur noch Kim gönne weil ja auch so rum heult hahaha ich bin kein schlechter Verlierer spiel normal wenn Joko heult dann wollte ich auch kommen Stimmst du bist 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 du du hast doch gesagt ich hab gelockt ja diese Jogger schau mal der war halt ins licht ins Gesicht ja toll wäre aber lieber mal auf dem jeden Fall gegangen vielleicht wäre was geiles draus geworden ja das war doch easy ja das war doch easy ja das war doch easy wobei ja das geht aber wir müssen uns einfach nur springen so feier ist die runtergegangen ja ich bin auch so hier runter gesprungen gehen muss auch nur so halt machen ich weiß ja diese scheiß schweier runtergegangen das ist das war ein topf und wenn ich würde ihn zuerst nehmen nein kannst du nicht er hat das geschehen Steuerung ja auch richtig um an alle geht sofort doch nicht und ich verstehe die Steuerung einfach nicht die Steuerung ist richtig gammig Alter HÄH! Toll! Ich hab' gar nicht gut wenn du das nicht eingehängt dann bin ich ohnehin gefallen was ist das für ne Scheißsteuerung? schauber du willst halt die Steuerung sind alle so scheiße so Leute wir können ja Klasse gemacht, das wars, das morgens nix mehr aber warte wenn du hier, wenn du hier das sagst je mehr es im Internet erzählen von ihren Aktionen ja, ein Moment so, klasse gemacht tschüss, schön gemacht das wars, morgens nix mehr tschüss meine 1, 2, 3, 3, 4 wär auch neis jetzt ist mir ab sofort egal wer jetzt verliert ich hab genug rumgeholt das reicht jetzt nein, nein, warum du feierst dritter guck mal da die 10, Alter du hast verstanden, dass du den Ball nimmst, dann kannst du ihm die Münzen wegnehmen was bringt ihm das? der kommt doch nicht zu dir da oben das bringt doch nichts zu dir da oben das bringt doch nichts zu dir da oben dann ist er ja ein Trottenbritter und trotzdem kommt er ja vor das kann auch so ein Verfall, wenn ich auf dem Daraus denkkomme der kommt doch safe ins Scheißding der muss doch nur 5 Münzen für das Delfin Taxi bezahlen der schafft es doch eh der kommt sogar ins Ziel sag ich jetzt schon ja, ne, schafft er nicht, der ist kurz vorm Ziel unverdient weißt du ja, 35 Felder der letzte ist ich glaub ich schaff's sogar so, oder? ne, ich glaub ein Feld zu wenig oder so mich juckt das jetzt nicht mehr hab genug jetzt gegen Remco geschossen, es reicht das ist das ich hab's ja nicht überspringen ne ich hab's ja nicht überspringen wow ich hab's ja gut in den Fell kommen ah, passt schon ja, ok gut ich hab's ja gut gegönnt, wenn da aufs Farbeteilchen gekommen ja, was ist das? ja, ok gut Das hat sich sogar gelohnt, weil du jetzt mit dem Taxi vorfährst. Ja okay, das konnte ich ja nicht wissen. Quiztaxi. Na ist ja egal. Im Grund vom Quiztaxi. Ah, Quiztaxi. In dem Bach war da drin. Und ist der gestorben? Geplatzt. Beim Kotelett. Beim Kotelett wird essen. Ja. Ganzes Geld weg, Vierter. Ja scheißegal, und so nervig am Stern. Ist doch egal. Nur so lange du nicht auf dieses Feld da kommst. Bitte. Vorm Ziel. Das wäre ich Karma. Okay, was ist Karma? Ich habe ein Schlimmes gemacht. Das wäre absolut. Das wäre komplett. Okay, das könnte sogar sein, dass du drauf... Ja komm, das ist doch nicht. Höchstlich schlimm. Na komm, bringt gar nichts. Minus 3. Doch, der ist jetzt nicht mehr... Jetzt gibt kein Vierer-Spiel mehr. So, bitte nur 1. Jetzt ist er auch gelöscht. Gude gestriked. Oh ja, ich werde geworfen. Oh man, ich wollte lieber... Oh bitte. Ich hoffe, es ist ein Bonus denn dafür. Ja. Ja. Nummer voll wird jetzt ein... Nein, Alter, du bist nicht. Aber du kannst auch jetzt suchen. Das ist ja eh nicht. Das ist ja eh nicht. Ja, aber er wollte auch dieses Stern-Ding. Ja, aber das ist ja eh nicht gezählt. Moment. Ihr seid doch vor mir, oder? Ich bin vor dir. Stimmt, ich bin wieder zweiter. Haaa. Hä, du kriegst du eh keine Münzen von mir. Hey, ich will dich doch zurück zum Start. Ach so. Ach so. Wenn ich jetzt nicht getroffen werde, ist Hu und so. Ne. Ja, klar. Ach, ich bin nicht. Hat sie mit mir. Ah. Toll. Alter, das ist so ein Hureneiich im ganzen Ernst. Ist es aber auch. Hier ist es komplett auf B, finde ich. Ne, oder nicht? Ist auf B, Alter. Bleibt er aber trotzdem da. Wie viel rund ist das jetzt eigentlich? Gehe ich mit Remco? Na komm. Fuck, die geht, Alter. Hey, Alter. Packen wir. Komm schon, was geiles. Was ist denn das? Ah, das ist, das ist glaube ich easy. Muss auch nur so die Buchhust abschießen. Einfach so snipern. Was für ich, Alter. Ich mach doch meine Kollegen nicht fertig. Ne, du. Beine dir einen wegen durch das Haus. Ach so. Ja, okay. Steuerung. Na gut, mach. Easy. Du. Na, na, na. Mal schauen, mal sehen wie das klappt. Hm. Man kann's vielleicht aufteilen. Du, äh, links. Ich mach rechts. Joe, ähm, Remco, all fire. Du machst links. Ich mach schon rechts. Ja, mach ich links, ja. Wir sind unten, feier. Du bist links. Fuck. Fuck. Ich treffe alles schnell Remco. hallo ach da unten ist auch noch einer da ist er immer noch vor dem es macht euch manchmal check ich das auch gar nicht dass die da unten treffen wir werden ja auch irgendwie getroffen weil wir noch so heiß kommt der boss und alle ja ist ja klar sehr klar dass die vorsprung haben am ende das ist ja nichts mehr mit easy wenn ihr vorsprung habt ihr vorsprung ja die vorsprung haben wir uns ja aufgebaut also ja guck mal was das bescheuert ist ich schieße sogar den typen an das kreuz ist auf dem geist weißt du aber das ist auch so gewesen du bist bescheuert so ist es nun mal im leben manche spielen was bei mir auch so manchmal ist es nun mal so naja wie lauft das im hintergrund noch rum haben sich guckt euch das